Hallo zusammen, in dem heutigen Video geht es mal wieder um Staubsauger und zwar welche mit einem sehr großen Aktionsradius. Die haben wirklich sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass ihr praktisch den Staubsauger nicht allzu oft umstecken müsst. Und daher wollen wir uns also heute einmal die Top 5 der besten und beliebtesten Staubsauger mit einem großen Aktionsradius jetzt anschauen, da wir alle Vor- und Nachteile uns hier mal durchlesen und dann auch zum Schluss natürlich selbstverständlich unseren Vergleichssieger grünen. Es bleibt also wirklich sehr spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort durch, wir fangen direkt an und los geht's mit Platz 5. Auf Platz 5 haben wir den Siemens Z 3.0 Bodenstaubsauger. Dann kommen wir auch gleich mal zu den Vorteilen. Und zwar haben wir hier einen Bodenstaubsauger, der sehr günstig in der Anschaffung ist, der ist sehr leicht zu bedienen, hat eine XXL-Polsterdöse mit dabei, ist ideal für Tierhaare geeignet, hat einen niedrigen Stromverbrauch, einen eingebauten Hygienefilter, ein reichhaltiges Zubehör und die Nachteile, die Laufrollen sind etwas instabil und er hat keine so gute Kabelaufrollung. Die Produktdetails, wir haben hier 850 Watt Leistung, 10 Meter Aktionsradius, ein Staubbeutelvolumen von 4 Litern, ein Gewicht von um die 4 Kilogramm, eine XXL-Polsterdüse für Tierhaare, ein Hygienefilter, umschaltbare Rollendüsen und 77 dB Betriebsgeräusch. Mit dabei ist auch ein reichhaltiges Zubehör. Schauen wir uns doch mal hier diesen Siemens Staubsauger auf Amazon näher an. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung als Link, also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr zu dieser Seite hier. Der Preis knapp 105 Euro, ist also wirklich ein sehr günstiges Modell und dennoch von einem namhaften Hersteller wie Siemens. Auch hier die Produktbeschreibung und die technischen Daten sehen hier wirklich sehr gut aus. Hat einen großen Aktionsradius, einen tollen Filter, der hier so einiges rausfiltert und auch die weiteren technischen Daten können sich sehen lassen. Hier nochmal eine kleine Übersicht, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal runter zu den Bewertungen. Und die fallen auch sehr positiv aus, wird als Superpreis-Leistungsverhältnis hier betitelt, extrem saugstark. Und auch alle weiteren Bewertungen sind hier wirklich sehr positiv. Falls ihr also auch Interesse an diesem Staubsauger habt, dann klickt unten mal auf den Link. Und dann kommt ihr zu dieser Seite und könnt euch das nochmal in aller Ruhe nach dem Video durchlesen. Weiter geht es dann auch schon mit Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der AEG VX9 II Öko-Staubsauger. Die Vorteile, wir haben hier wirklich einen sehr ökologischen Staubsauger, denn er würde hier aus 70% Recyclingmaterial hergestellt. Er ist sehr leise, er hat einen großen Staubbeutel, er hat einen waschbaren Filter, niedrigen Stromverbrauch, einen eingebauten Hygienefilter und einen Komfort-Tragegriff. Die Nachteile, leider etwas hohes Gewicht und ein etwas höherer Preis. Da gehen wir auch gleich weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier also 850 Watt Leistung, einen sehr großen Aktionsradius von 12 Metern, das große Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von um die 5,8 Kilogramm, eine 3 in 1 Multifunktionsdüse, einen Allergiefilter, er hat eine stufenlose Saugkraftregelung und ein sehr geringes Betriebsgeräusch von gerade mal 65 dB. Dann gucken wir uns auch gleich mal hier auf Amazon den Staubsauger etwas näher an. Wir können hier nochmal die einzelnen Abbildungen sehen. Sieht eigentlich alles sehr gut aus, kann sich hier also wirklich sehen lassen und er wird auch von der Stiftung Warentest als erstklassen Staubsauger ausgezeichnet. Der Preis um die 200 Euro ist dennoch sehr gut, wenn man bedenkt, dass er hier wirklich sehr ökologisch in Anführungszeichen gebaut wurde. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch hier nochmal die technischen Daten etwas näher an. Hier wird nochmal alles beschrieben, er hat wirklich ein durchdachtes Zubehörset mit dabei und eine sehr große Leistung, vergleichbar mit 2200 Watt. Hier steht nochmal alles drin, hier können wir auch nochmal den Vergleich zu anderen Modellen sehen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal runter zu den Bewertungen und schauen uns die mal an. Er wird hier als Top-Staubsauger bezeichnet, hier mit Kombidüsen und wirklich sehr gut für Teppiche geeignet und auch die weiteren Bewertungen können sich hier wirklich sehen lassen. Dann geht es auch schon weiter zu Platz 3 und auf diesem Platz landet bei uns ebenfalls ein Siemens-Staubsauger und zwar der Q5.0. Die Vorteile. Wir haben hier einen Staubsauger mit einem sehr hocheffizienten Motor. Er ist ja relativ leise, hat einen großen Aktionsradius von 13 Metern, hat einen Hochleistungshygienefilter, hat einen niedrigen Stromverbrauch, eine Softbumper Protection und umschaltbare Rollendüsen. Die Nachteile sind leider eine etwas schlechte Kabelrückholung und einen etwas kurzen Schlauch. Kommen wir auch gleich zu den Produktdetails. Wir haben hier 850 Watt Leistung, einen Aktionsradius von 13 Metern, ein Staubbeutelvolumen von 4,5 Litern. Das Gewicht liegt bei ungefähr 6 Kilogramm. Wir haben umschaltbare Rolldüsen, ein Heberhygienefilter, eine Kompressortechnologie, Betriebsgeräusche von 70 Dezibel und ein integriertes und sehr umfangreiches Zubehör. Schauen wir uns also mal hier nochmal den Staubsauger näher auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Also klickt dort mal auf den Link, dann kommt ihr genau zu dieser Seite hier. Den gibt es in verschiedenen Varianten, einmal mit und einmal ohne Zusatzbeutel. Ich habe jetzt hier die ohne Zusatzbeutel für 138 Euro, ist also wirklich sehr günstiger Staubsauger und dennoch von einem sehr namhaften Hersteller. Hier sehen wir nochmal die Produktdetails im Überblick, ist wirklich hier sehr alles gut aufgelistet. Wir haben hier wirklich alles drin, was man so für den täglichen Bedarf benötigt. Da gehen wir mal runter und schauen uns auch nochmal die Bewertungen an und auch die fallen hier wirklich super aus. Wird als bester Staubsauger hier betitelt. Hat ein sehr langes Kabel und eine sehr gute Saugkraft und ist auch hier als wirklich leise gekennzeichnet. Wir persönlich finden den Staubsauger aufgrund seines reichhaltigen Zubehörs und dem sehr günstigen Preis auf jeden Fall als Erstklassig. Wir können ihn also hier nur weiterempfehlen und den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Also klickt dort mal drauf, dann könnt ihr euch den nachher in alle Ruhe nochmal anschauen. Weiter geht es also jetzt mit Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der Miele Complete C3 Powerline Staubsauger. Auch hier gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Wir haben zum einen mal einen sehr hochwertigen Staubsauger mit einem effizienten Motor, einer langen Lebensdauer, einem XL-Beutelvolumen, einen großen Aktionsradius, einen Air-Clean-Filter, eine Universal-Bodendüse und eine Fugen- und Polsterdüse sind auch mit dabei. Der einzige Nachteil ist der etwas höhere Handschaffungspreis. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar hier auf die Produktdetails drauf. 890 Watt Leistung, 12 Meter Aktionsradius, ein Staubbeutelvolumen von 4,5 Liter, ein Gewicht von 7,6 Kilogramm, schönes Komfort-Teleskop-Bohren, Hygiene-Filter, ein MyClean-Staubsauger-Beutel und es gibt hier wirklich sehr kompakte Abmaße. Also wirklich ein sehr guter Staubsauger. Wir gehen mal kurz direkt auf die Produktseite drauf, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, schaut mal rein, klickt, dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Da gehen wir noch kurz die zwei verschiedenen Farben durch und zwar gibt es diesen Staubsauger, ja einmal hier in Rot und einmal auch hier in Weiß. Also hier gibt es mehrere Möglichkeiten, 251 Euro wäre hier der Verkaufspreis und wir haben hier einen Amazon-Tip, also hier ein sehr beliebtes Produkt, was auch hier wirklich zahlreiche gute Bewertungen genießt. Hier nochmal die technischen Daten, wie die Abmaße, das Gewicht, aber auch die Leistung sieht zwar wirklich sehr gut aus, hat ja jede Menge Power und damit kann man auch hier wirklich sehr gut dann die Wohnung oder das Haus reinigen. Es gibt hier einen sehr hohen elizienten Motor, der auch hier wirklich einiges leistet. Wir haben hier 12 Meter Aktionsradius, also ein sehr langes Kabel, da müsst ihr nicht ständig umstecken und auch sonst passt hier im Grunde alles. Da gehen wir zum Schluss noch mal kurz auf die Bewertungen ein, wir haben hier wirklich einen sehr guten Staubsauger, der auch hier wirklich einiges an Leistung hat, der auch hier wirklich eine sehr lange Lebenszeitung hat. Besitzt und es gibt hier wirklich zahlreiche tolle Bewertungen, also schaue ich den mal an, der fällt hier wirklich sehr positiv aus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu Platz, eins unserer Vergleichssiege und dann hat bei uns der Boss Series BGB 75X 494. Wir gehen auch hier mal kurz die Vorteile durch, wir haben zum einen mal hier einen sehr guten Preis, er hat einen effizienten Motor verbaut, eine lange Lebensdauer. Er ist gut für den Lärkiger geeignet, hat einen großen Aktionsradius, einen Hygienefilter mit dabei, eine Universal Bodendüse und eine XL Polsterdüse. Der einzige Nachteil, die etwas mittelmäßige Leistung, aber ich denke mal, darüber kann man hinwegsehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz einen Schritt weiter und zwar zu den Produktdetails. Wir haben zum einen mal hier 650 Watt an Leistung, 15 Meter Aktionsradius, er ist hier made in Germany, zumindest der Motor. Wir haben hier ein Gewicht von 6,1 Kilogramm, 10 Jahre Moto-Garantie, wir haben hier einen Ultra-Allergie-Hygienefilter mit dabei, 69 dB Getriebsgeräusche und der hat hier wirklich sehr kompakte Abmaß. Also wirklich ein Top-Staubsauger zu einem sehr vernünftigen Preis, wir gehen mal hier auf die Produktseite drauf, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung, schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und da kommt ihr direkt zu dieser Seite. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz auf den Preis ein, denn der ist hier wirklich sehr günstig und auch sehr gut, 188 Euro. Und wir haben hier 43% Rabatt aktuell, also auch hier wirklich eine sehr gute Aktion, da müsst ihr unbedingt zuschlagen. Wir gehen mal weiter runter kurz zu den technischen Details und da könnt ihr schon sehen, da steht nochmal einiges drin, wie zum Beispiel auch hier die Abmaße, das Gewicht, aber auch die Leistung und natürlich auch hier der Geräuschpegel. Da gibt es hier noch ein paar schöne Bilder von diesem Staubsauger, auch hier wirklich 10 Jahre Motor-Garantie, wir haben einen Testsieger, wir haben einen sehr guten und großen Staubbehälter, aber auch sonst ist er wirklich top und reichhaltig ausgestattet. Und ja, also wirklich ein top System, wir gehen mal weiter runter zu den Bewertungen, sieht auch soweit gut aus, ausgezeichnete, war leistungsstarker Flüsterer und auch sonst hier wirklich sehr begeistert und die weiteren Bewertungen fallen ebenfalls hervorragend aus. Also, wenn ihr wirklich einen sehr guten Staubsauger sucht mit einem sehr großen Aktionsradius von 15 Metern, schaut euch den mal an, den Link, den gibt es unten. Unser Vergleichs sicher steht also fest, wir haben jetzt hier den Boss Series 8 und da würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Vor- und Nachteile nochmal ein, auf die wichtigsten und zwar hier ein sehr guter Preis, ein effizienter Motor, eine lange Lebensdauer, er ist kompakt und handlich und hatte wie gesagt einen großen Aktionsradius von 15 Metern. Ja, also wirklich top Gerät und das soll es aber nur gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, alle Links und Informationen zu diesen Staubsaugern, die gibt es unten in der Videobeschreibung, schaut dort mal rein und klickt dort am besten jetzt mal direkt die Links an.